Die Toggo Tour 2006. Das Top-Event des Jahres. Die Super-RTL-Stars live in deiner Stadt. Toggo TV. Seid ihr gut drauf? Toggo United. Wir kicken, was das Zeug hält. Wow, die Entdeckerzone. Toggo Music. Wir sind die Lodi! Gimmi, Gimmi, Gimmi. Und du kannst mit dabei sein. Hangelspaß mit Kim Possible. Powerspiele in LazyTown. Vorsicht, Drachenjäger. Hol dir den Hauptgewinn. Drei Kurzurlaube für die ganze Familie. Togo ist in deiner Stadt. Die Toggo Tour 2006. Auch in deiner Nähe. Reich. Gnadenlose Talkshow-Highlights. Voll total. Ja, ich freu mich richtig darüber. Und nächsten Mittwoch das Kino-Highlight mit Superstar Gérard Depardieu. Oh mein Dieu, du ziehst dich sofort um. Und du wirst sofort etwas lockerer. Als Vater einer 14-jährigen Tochter sollte man drei Dinge beachten. Erstens. Lauf hier bitte nicht in Unterhosen rum, das ist widerlich. Zweitens. Du brauchst hier nicht den großen Papa zu spät. Und drittens. Oh, tu einfach so. Als wärst du mein Liebhaber. Bist du verrückt? Aber das Wichtigste für einen französischen Superpapa. Cool bleiben. Mir geht's gut. Gérard Depardieu ist Daddy Cool. Am nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr.